Öffnung Öffnung ist das Prozess des Öffnens. Öffnung ist auch die Stelle, wo etwas offen ist. Im Yoga geht es auch um Öffnung. Man will die Chakras öffnen. Man will die Nadis öffnen. Man will sein Bewusstsein öffnen. Man will sein Herz öffnen. Im Yoga geht es ja um Verbindung. Yoga heißt ja auch verbinden. Yoga heißt auch Einheit, Harmonie. Yoga heißt auch Anschirren. Yoga ist also auch eine Öffnung. Und wann immer du Yoga praktizierst, versuche dich zu öffnen. Zu öffnen für die Tiefe deines Selbst. Zu öffnen für die Anliegen deiner Mitmenschen. Zu öffnen für die Erfahrung göttlicher Gegenwart.